Was, Alter? Echt nicht? Okay, dann schee ich ja noch eine. Ja, sorry, Liga. Okay, herzlich willkommen zu den Livestreams mit Bruder Games. Wir sind wieder mit Minecraft online. Ich hoffe, euch macht Spaß. Edgar und Tim sind mit am Start. Und Oskar. Du hast mich angesteckt, Alter. Ja, wir sind alle krank jetzt. Sorry. Ja, ich auch. Im Kopf. Minecraft, yeah, yeah. Ich bin noch angeschlafen. Zeit um 10 warte ich drauf. Lol, was ist denn hier? Ich muss mich erst mal wieder zurechtfinden. Ja, findet euch mal zurecht. Ich bin hinten im Leben geriet. Ich sehe dich. Oh mein Gott, ich sehe dich. Bist du das? Ja. Ja, Leute, herzlich willkommen zum Livestream. Seit einer Woche bin ich endlich wieder hier da. Endlich. Hi. Ich muss dann richtig. War? Nach einer Woche eigentlich. Vielleicht stauben irgendwo. Auch ein... Dann weiß ich, darf mich auch wieder mitschaffen. Immer wenn du stirbst, bin ich irgendwie nicht da. Und wenn ich da bin, hole ich dir immer dein iTunes. Ja, das ist auch ziemlich nett von dir. Ja, ich hab's gemacht. So, ich fahr jetzt mal weiter nach hinten. Meine Kohle mit. Was habe ich denn hier gerade gemacht? Guck mal, ob ich schneller bin als Herr Trichter. Nee. Keine Chance. Justine. Okay, was ist unser Plan? Was machen wir? Umgammeln. Tchuuu. Ich weiß, erfolgt. Kaum bin ich wieder da. Respektieren. Und endlich kann ich wieder Lohre fahren und das ist ein Läck. Du hast dann Lohre. Kannst du Lohre fahren? Ich weiß schon, aber endlich kann ich wieder Lohre fahren und das ist ein Lohre. Aber ich bin so krank. Ich baue ja noch die U-Bahn und fahre ja gleich in den Wasserpalast und dann mach ich wahrscheinlich die Monster an. Ja, endlich Wasserpalast. Keine Ahnung. Also wenn ich die U-Bahn mache, dann hab ich die eigentlich fertig gemacht. Sag mal, wie sieht der aus? Ist noch cheesy? Oder sieht der nicht mehr cheesy aus? So, Bettengriff stirbt wieder am Dropper. Ich seh schon wieder Kopf. Du musst da einfach... Oh, überlebt. Ich schneide jetzt die Hälfte ab unten oder so. Ich weiß nicht, hast du die U-Bahn gemacht und hast sie jetzt wieder rausgenommen? Ich überlege auch, warum, wofür ich nur zwei bräuchte oder drei oder... Eigentlich hätte ich dann immer alle gemacht, weißt du? So, der macht die da einfach. Er hält sich so heiß, dann sind die Bakterien eh alle tot. Das ist ja eigentlich nur Leichenhaut, die ein bisschen schimmelt. Oder gammelt. Das ist ja nicht schlimm. Kannst ja trotzdem essen. Ja, naja, aber ist ja nicht angenommen. Das passt ja von jedem Tier. Passt ja bei jedem Tier. Geil. Ich liebe die Fahrt. Nein, Chris, warum muss ich dich eigentlich immer anschieben, weißt du, was ich... Dicker! Welche Arbeit ist. Au! Au! Warte. Ich habe eine, ich habe eine... Warte, mir ist dir runtergefallen. Glaube ich. Nee, ich habe beide. Okay. Dicker! Ja, ich dachte, ich muss dich weiter anschieben, sorry. Nee, das ist gut. Ja. Ich möchte immer noch nerven damit. Was ist los? Chris sammelt Sand? Eska, ich weiß, wo du Wölfe findest. Ich würde sie denn abschlafen. Nein, Chris hat ihn abgeschlachtet. Nein. Er möchte mir auf alle kommen. Er möchte mir auf alle kommen. Er kann zu mir gelaufen. Mit der Spitze hat ihn erinnert, hat ihn erstmal abgeschlachtet. Ich dachte, das greift dich an, das Vieh. Das sah so gut aus. Zack, du. Also möchte mir keinen Wölfe gönnen. Ey, hier, keine Kürtel. Ich habe Leder. Geil, ich habe Leder hier von... Nein, das Leder. Er klaut mir alles. Hier, komm her. Die Diamanten, das Leder, das Leder, den Wolf für Edgar. Mein Lederbräugel nicht. Naja, so das... Die Wölfe von... Für Edgar sind glaube ich nicht von dir wie Cloud. Das ist ja nur irgendwo, ich fahr jetzt mal zurück zur Stadt. Lass noch. Nee, ich bin nicht in der Stadt. Ja, genau. Bin ich nicht. Wo bist du? Wo ich immer bin. In der Hölle. Ach, hier. Also bist du zu Hause? Nee. Zu Hause ist einfach gut. Ich koche Eisen. Ich habe dir welches in den einen Ofen gelegt. Geil. Okay. Nice. Ja, ich bin nicht in der Hölle. Ich weiß, wo du noch bist. Wo bist du, Tim? Tim, du schuldest mir aber fünf Stück. Ich hab dir keinen abgeschlachtet, Mann. Sagen Sie alle. Oh, und bitte, bitte, ich möchte in Ruhe spielen. Warte, bitte. Danke. Ja, das ist total. Warte, ich muss mich mal kurz und hätte den Hund die ganze Zeit. Ja. Wenn ich mal mein Haus hier ausbauen. Digga, was du dir jetzt wirklich an, Alter? Denken die ich spiele auf dem Flughafen. Das ist mega laut. Mal Fenster auf. Oskar hört mich nicht, denn der Bacon ist so laut. Hehehe. Ach, schön. Hehehe. Schön, Alter. Schon ein bisschen Eisen grabben hier. So, ich denke, bei uns ist es jetzt gut eigentlich. Okay. Hmm, Bacon. Ich brauche es kurz und klasse! Wahra, 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 wahra... Wahra, 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 wahra. Ich brauche es nicht. Warum ich immer noch unten stehe? Wurftwassertreit, Alter. Ich werde ich den Wein umbenennen sein. ich habe ihn ja mit den krieg bei gekillt also hatte schon mal mehr kills als du weiter ich hab dich auch fast getötet das ist ein herz so die sprengung wo ich weg war wo ich habe das ist ja noch welchen da oscar oscar ist noch bacon da oder hast du dir einen rindig pfeffer ist noch bacon da ja ist mega laut soll ich doch aber im geilsten war chris ohne scheiß bei fünf brennen wir los 123 los und keiner rennt mit ihr aber furchtbar ja traurig aber dachte das wesen irgendwo mitkommt aber nächstes kinder mit dir und aber ich dachte so fast ich dachte hier noch bei fünf da sagt man so zuschauer da ok bei fünf brenn ich los rein los 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 das ist egal der sollte einfach los rein das ist aber nicht oder wo er mit oscar gespielt hat er ist richtig geraved da kehrt man mal ein und dann stirbt man trotzdem das ist egal auch eigentlich ich kann mal zitieren die hände ok ich brauche mir eisen es gibt ja mal die hände raus ok nein doch 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 nervbacken ihr bäde ein bisschen kohle warum ich in den leiten wir sind nicht von tuda für sachen muss komisch eine leiter ja beim portal runter ist mir leite kann eigentlich nicht sein hängel seine kippen das nicht drin ist meine leiterin auch nicht vor der komische raum überreste ich weiß ja nicht auf welcher höhe ich gerade bin die fenster gleich richtig mal machen machen diese scheiß anlage jetzt aus sie für die ekloppt wöbelte du sind taler rotz also ja ich weiß nicht was damit los ist so 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 Ja toll und du leistest mich jetzt hier alleine. So ich bin wieder back am Start und hoffentlich suchst du mich jetzt nicht hineinbuchen. Ich darf, ich bin kurz vorm Portal. Boah, Stange. Ja. Stange. Wie lange braucht denn das Scheiß da unten? Was du da drin hast. Edgar bist du noch in der Hölle? Ja. Bin noch in der Hölle, ja. Ich will mir ja noch mal eine Pizza rüber. Der Antizitronentee geht mir langsam auf den Sack. Hä, wo bin ich hin? Oder wo lauf ich hin? Ich mach mich einfach mal runter, wo den Strait. Hä, hä? Irgendeine Weiz? Wo bin ich? Ah, okay. Digga, ist hier jemand unsichtbar oder hat jemand hackst? Ich hab mich grad angezündet. Ich bin noch nicht mal in der Hölle, Leute. Sorry, Digga. Das muss ich gewesen sein. Chris hat sich nen Comment-Block gecheatet, den wir bei der PS4 noch gar nicht gibt. Den hat er eingegeben. Äh, Zyndl, Edgar, Arnd, und was ist los, Digga. Doch, den nimmst du schon hier. Hä, nein, in der PS4 gibt's keine Comment-Blocks. Doch, den hab ich schon gemacht. Hab mir selber programmiert alles. Ach so, wir hatten jetzt selber ein Spiel reinprogrammiert. Ach so. Jo, kannst du mir noch reinprogrammieren? Reinprogrammieren, oder? Reinprogrammieren, oder? Für 12.000 Euro, gerne. Gehen auch 10.000 ins Gold? 10.000 Gold wär auch gut. Ja. Also, ey, ich hatte gestern so viel Gold, ich konnte mir daraus zwei OP-Gott dafür machen. Ja, das war voll krank. Siehst du, ich hab sogar gesagt, ich hätte lieber dieses Gold an Chris gespendet, als das in den Ware reinzustecken. Ist so. Hat er wirklich, ich war leicht dabei, als du das gesagt hast. Echt? Krass. Ich war leicht dabei. 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 Ich hab' sie gefunden. Zeig' nicht. Mann, warum sagt mir niemand was? Ach so. Nee, also mich filmt und tust du nicht. Nee, ist geheimlich. Kann ich hier machen. Ich seh' nicht dahin. Nee. Mich findet hier keiner. Boah, alter, guck dir mal an, Alter. Boah, geil. Entweder ich seh' dich, ich komme je. Schichtiger. Ich hab' meinen eigenen See. Man kann mich nicht sehen. Doch, ich komme. Nein. Nein. Chris, bitte sag' was jetzt später schon wieder psychische Spieche mit mir. Keine psychische Spieche. Ich seh' dich. Du sollst für mich Sachen farmen und leise sein. Wur ich doch. Äh. Warum leise sein? Nur weil du krank bist? Nur weil du krank bist. Bin ich gemein. Oh. Edgar hat gestern gesagt, du bist abgehoben, weil du es ewig warten lassen hast und dann gegangen bist. Ja, ich bin krank in letzter Zeit. Natürlich ist es halt schwierig. Ich mach' ja noch andere Projekte. Ich hab' ja nicht nur meinkauft so. Ja. Hab' ich ihn auch gesagt? Nee. Du hast mir gar nix gesagt. In letzter Zeit hab' ich halt viel zu viel meinkauft. Du hast mir gar nix gesagt. In letzter Zeit hab' ich halt viel zu viel meinkauft gemacht. Doch. Nee. Deswegen hab' ich aber ein bisschen weniger meinkauft. Ich lebe doch nicht. Ja, also. Also, nach meiner Meinung. Das mit ganz. Das ist er selber gesagt. Okay, schau. Gar nicht wahr, du nix. Ja, ja, ja. Sagt dann mit den Pinken-Glubber-Blasen. Okay. Wo bin ich denn zu 21? Ich weiß nicht mal, welche Höhe ich bin. Okay, so minus 58 oder so. Hast du ne Kabel? Nee. Willst du mich jetzt echt suchen? Ja, ich bin ne Meldersuch. Seh die nicht mal. Ich habe die nicht. Äh, woher denn? Hast du Hex? Hast du... Ja, ich hab... Ich seh, ich hab ne Kabel. Ja. Hast du X-Way? Nein, aber ich seh dich auf der Karte. So, hä? Wer macht sich bitte ne Karte in Never auf? Ich? Ja, moin. Figur für neun. Der Never ist so schön, man. Nur weil du schon ewig nicht mehr draußen warst. Ey. Und jetzt nach oben. Dieses schöne Rot. Und dieser Sand, in den ich einsinke. Und dennoch so viele Level, Alter. Aber ja, ich lebe ja leider nach dem Kario-Motto. Lieber da sein, wo es mindestens Essen und Herze gibt, statt hier, wo es gar nichts gibt. Ich glaub ich bin fast gestorben. Ja, aber darum geht's doch. Ey, hast du... hast du Fackeln verplatziert? Nee. Zurück mach jetzt den Never-Portal kaputt, die Ausgänge. Und jetzt... Na, nein. Jetzt kannst du doch ewig eingesperrt. Nee, ich nicht. Kommt ihr nie wieder raus? Doch, wenn das im Never noch an ist schon. Hat mein Ohr kaputt. Ja. Sprengende Nö praxis. Taschentller oder wenn du wieder rausgehst. Nein, we shapes Spielchen hier. Du kriegst mich nicht hin. Das hat mich jenig einsperrt. Ich hab mal vor einem Feuerzeug dabei, wenn ich möchte, bau ich mich... Ach, du bist in die Angst mich, ich hab deine Pferde aufgenommen. Jetzt wirst du, was ich bei hab. Muss ich wieder hoch. Ich will Eisen Believe. Mach ich in die Welt. strength, bene200 personnes. ich habe seine pferde aufgenommen ich habe ich habe den weg gefunden es ist so viel sand hier land gelaufen durch die türen auflosen an dieser säule vorbei über den wie auch immer diese riesen aber sie überquert ich sehe nicht mal genau ich gehe jetzt erst mal auf diamant nirgendwo ok viel spaß ich muss ich hätte jetzt ich komme schon raus das passt genau das schon jede anzeichen auf dass wir lang gelaufen bist du da war nicht bei mir so ein scheiß nicht rein mit weit mit eisläufer kriegst du auf diesen magma blöcken kein schaden ja nur die leute oder du es nix ich habe nicht normal drüber laufen kein der mensch genau ja etwas frostläufer oder mit links oder mit 90 hoch gebaut ich habe mich untergebaut wo ist denn jetzt diese ding hoch da war ich an der never band ich habe wirklich nur sie aber den namen wirklich nicht also da war ich jetzt nicht und bin gerade richtig aber nicht hier haben ja wo ich bin ist noch alles voller netter quatschmann ja wo ich bin das auch alles noch voll mit nimmer quatschmann wo die da um dass ich mich hier hoch bau christian jetzt verdient hat er lässt uns ewig warten und er suchte ich bin doch der rainbow bläder weil ich habe keine bock auf dem tschüss aber geil guck mal gleich wieder eine neue hülle that's nice ein weg von edgar ist das ein weg von edgar das ist ein weg von edgar 9 er entsnickt dich mal ich will mal sehen wo du bist oh no 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 god please no nein 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 verpiss dich verpiss dich oh zumnötig brennt er gerade wieder weg ey er hätte es einfach nur in das loch reingehen müssen schon wäre er da gewesen welches loch hier ist ach hier ist ein loch come on so wenn du gar nicht ich habe mich ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mal ins nicht geld vorgestellten sagen sie alle wo man den grünen streiten sieht du mit deinem pinken blubber blasen genau die andere frage ist wann kommt eigentlich mir oder weil doch gerade mit uns pvp spielen ach da bist du ich sehe keinen namen wo ich den eingang von hier baut so jetzt muss ich wieder sneaken um ein bisschen mehr Quatsch zu holen ich will sie noch in eisen ich brauche noch zwei dann kann ich wieder abhauen Eka ich seh dich und das ist schön hier nämlich wunderschön das sind noch locker nur aus ausgedacht der hierhin fährt der fährt hier hoch stößt dagegen und fährt automatisch wieder zurück das müssen wir eigentlich noch nicht jetzt hier ist das halt auf dich warten oder die scheiße ist ich weiß nicht mal den heim geht ja ich weiß ja jetzt weiß doch wo ich bin weil du mich eigentlich mal gefunden hast ja ich lauf gerade weg weil ich den heim mit sich Digga das soll jetzt nicht dein Herz oder die ganze Zeit hat einmal Erfolg nö jetzt hau ich auf sieht auf jeden Fall gut aus und Leute ich werde die Bahn auf jeden Fall weiter bauen wir sehen uns dann auf jeden Fall gleich in den nächsten Livestream von Minecraft und Peace out das war das von Geburne Games